Abstimmung ist doch hier verbunden. Hat doch noch keiner probiert. Außer eines. Im weltweiten Passagier übrigens, den man je in die Schwebegahn verbracht hat. Erinnern Sie mich noch an den Zug, den Elefanten? War auch so eine Sensation aus Wuppertal. Wer hat den Strom gewagt? Alles ging dabei zu gucken, weil er nicht. Ist mir heute noch schleierhaft. Na, sei es rum. Apropos Elefanten, so mussten Sie natürlich auch an die Hänge der Berge warten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017